Hallo und herzlich willkommen. Heute üben wir, wohin fährst du, zu oder nach? Ich fahre nach Deutschland. Ich fahre zum Bahnhof. Ich fahre nach Hause. Ich fahre zu dir. Ich fahre nach Norden. Ich fahre zu Herrn Müller. Ich fahre zu meiner Familie. Ich fahre zum Supermarkt. Ich fahre nach links. Tschüss, mach's gut und bis bald.